das bietet sich gerade an der maga im haus ich kann euch Der ist auch nicht im Haus, gerade. Der ist auch nicht da. Na gut. Oh, der ist auch nicht da. Oh, die sind ja alle nicht da. Tja, das nennt man wohl Pech. Das ist wohl Pech. Ja, die werden später sporen. Oh, der ist auch nicht da. Oh, are you still alive? You gotta be fucking kidding me. How in the world is he still alive? How? Lol, der hat halt voll die Mosen in die Brust gekriegt. I don't give a shit. Hello, here I am. How? Hey, den kill hätte ich ihm gegön. Den kill hätte ich ihm gegön. Leben hier links ist auch noch eine. Nee, ich hab ihn getroffen. Man hat das auch gehört. Er hat ja Geräusche von sich gegeben. Da hat er einfach bei Buse in den Schuss getankt. Ja, wahrscheinlich Durchschuss oder so'n Scheiß. War wahrscheinlich ein Durchschuss, geh ich von aus. Weil SMB hat ja hohe Pennen. Der hat mich richtig gut zerlegt. Im Discord wäre schön, wenn ihr die Clips postet. Der Cutter nimmt sich auch immer aus dem Clips-Channel die Clips raus. aus dem Clips-Channel die Clips rauskommt. Hey, Zeno, danke schön für dein Hohl, there's rain Nee, verpiss dich Usse, das ist meine Oh, nee Oh, nee Nein, ich wollte den haben Hallo, Zayuri, ich grüße dich Hier neben ist auf jeden Fall auch noch einer rumgedanzt Oh, oh Here we go Oh, warte, ist der auch noch ein Problem? Ach nee, das ist wieder dieser Baum Ich bin auf den Baum reingefallen Hey Was habt ihr gestreamt heute? Danke für den Host Ey, Vollmond ist halt wie Sonne, ne? Nur anders Vollmond ist wie Sonne Er hat Pokémon und COD gespielt Was ist das für ein Mix? Pokémon und COD Okay Äh, das ist gerade Customs Und nebenbei noch eine Liegestütze? Aha Ist das so ein Get Fit mit Pokémon Ding oder so? Ist das von der Wii U so eine Sport Edition? Ich habe ja keine Ahnung What? Was ist denn das für ein Licht? Ja, die Tür ist tot auf jeden Fall Was ist mit dem da oben? Hello? Der ist noch nicht da Ja, hier gibt es Tarkov Was dir jetzt noch nicht aufgefallen ist Escape from Tarkov Ein unfassbar bezauberndes Spiel Or you dead Or you too I guess No I don't think so Oder? Ne, ich glaube der ist nicht Hey Hör auf rum zu blödeln hier Hallo Sei mal kein Arschloch jetzt bitte Mietzikart Ist das dein Kopf? Ne Bin ich eigentlich immer noch höher Wovon bin ich denn höher? Wovon bin ich denn höher? Ich musste übrigens gerade Sniper Scaps töten Scaps sind hier sowas wie Bot slash Raider slash AI Und davon muss ich zehn Stück töten Und nebenbei muss ich noch im Nacht Raid Also hier wird das in Raids unterteilt In anderen Spielen heißt das Runde Hier heißt das Raid Ähm Und dann muss ich in einem Nacht Raid zwischen 23 und 4 Uhr morgens 30 Spieler töten Was machen wir hier gerade? Was machen wir hier gerade? Ist ein bisschen Naja Ich sag mal Öde So ein Mittelding zwischen Öde und geht Öde und geht so Äh Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Spiel Dann feuer frei Aber ich denke mal Ein Großteil wird das ja letzte Woche mitbekommen haben Und auch gleich den ein oder anderen Äh Tag auf Stream geschaut haben Aber vielleicht kennt es ja doch noch irgendeine Ich Mach Thermal keinen Sinn Thermal ist Scheiße Das spielen nur Leute mit einem kleinen Pullermann Du bist hier nicht da Gelen Und dann Ich Die ist ja komplett pro Dose auf der Karte. Keine Schüttel in Dorn, nichts, Dornes. Habt ihr den da oben jetzt erschossen? Wahrscheinlich, oder? Die war so gemein. Ich war noch nie mit der Mosin in Dorn. Oh. Bestimmt Roshala da. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Ich muss pennen. 10 Uhr, schlaf schön. Das hier gut geht. Uu, na. Garantiert nicht. Nein. Natürlich ist Roshala da. Klar, was auch schon. Klar. Natürlich. Wenn du da bist und in die Zähne bewaffnet reingehst und Roshala suchst, ist er nicht da. Aber wenn du mit einer Mosin nachts einfach nochmal ganz schnell den Bargum reingucken willst, dann ist Roshala da. Dann ist Roshala da. Easy Snipe hilf. Na, ich weiß ja nicht, ob die so easy sind. Also der eine hat eben gerade schon mal direkt in die Fresse gekriegt. Aber hey, ich stelle mich der Herausforderung. Wie viel Zeit haben wir noch? 34 Minuten. Die Karte ist sehr ruhig. Gucken wir mal. Ich hab nicht mal Nades mit. Geschweige denn genug Heal. Nein. Natürlich, Foto Nulls. Was ist denn das jetzt? Hä? Alles klar. Wir müssen nochmal schon gucken, ob der da ist. Und ob der vielleicht gesporen ist. Ne. Was ist denn das? Nix bläht Nee, never peek twice, chat Never peek twice Hey, entspannt euch, ihr Penner Oh, schuhe, schuhe, wie bin ich da? He dead? I guess he dead I guess he dead Oh, der ist rausgegangen Oh, schuhe, schuhe, schuhe Oh, schuhe, schuhe Untertitelung des ZDF, 2020 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 wann müssen wir viel looten weiter weiter haben wir noch genug zeit ganz geschmeidig also zeit ist hier nicht das größte okay alles wieder live ja 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 warum hält ich ja ja ich nehme gleich alles von ihm du warte ich muss nicht alle oder ist gerade noch jemand gekommen falls ihr das entgangen ist okay ich weiß dass ich trinken muss ich weiß hier ist alles eine baustelle gerade immer mit der ruhe eins nach dem anderen okay da war schon mal was zu essen falls euch das entgangen ist wir sind eine komplette baustelle ein kaput an allen enden welcher war jetzt hier der böse ist er da okay hast du was zu trinken mit was zu essen was zu trinken es hat noch niemals hat einen apfelsaft so gut geschmeckt wie dieser die quest träger sind doch die besten träger jetzt kommt ja eine entscheidung jetzt lasst mich hier in ruhe lupen der pater für gekämpft also jetzt die 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 aber gerade eine schöne feier hat gekriegt mit single feiern was hier für ammo drinnen bt brauchen wir ja ich weiß dass ich gewusst habe ich ich habe Raun. Ui. Yes. Yes. um du hast auch noch zu trinken so Der Loot war mal geiler. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Der war mal geiler, der Loot. Der Loot war mal geiler. Der Loot war mal geiler. Kannst du nicht ausdenken. Kein Geil. Warte mal. Wir müssen kurz mal konfirmen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ah. Somebody. Something was missing. Oh shit, wir hatten einen AVS-Rick. Ah, da müssen wir aber noch mal eine kleine Vertauschung vornehmen. Einc pickleballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballball so chat soll ich mal sagen was richtig crazy ist das sind hier das 44 ok dann haben wir alle daun dann haben wir alle daun let's get creamy hab ich die dingskarte mitgenommen so 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 You gotta be fucking kidding me! WHAT?! 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 Test files! güzel howls it fit So viel Zeit muss sein. 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 So viel Zeit muss sein.